Hallo, mein Name ist Wolfgang Fassbender. Ich bin Architektin und Objektberater der GZ GmbH. Ich freue mich, Ihnen eines meiner schönsten und anspruchsvollsten Projekte vorstellen zu dürfen. Den Kühlbogen 2 in Düsseldorf. Ein modernes Mixgebäude des Star-Architekten Ingenhofen, welches Büroflächen, Shoppingcenter und Gastronomie vereint. Mit seiner ausgefallenen Geometrie und Europas größter Grünfassade ist es das beste Beispiel für ein lebenswertes Gebäude und die Zukunft des Bauens. Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt war zum Beispiel die Planung und Umsetzung der Fassadenzugänge. Durch die verwinkelte Fassadenkonstruktion war die normgerechte Absicherung der Schiebetüranlagen teils mit einem hohen planerischen Aufwand verbunden. Doch weshalb wurden gerade hier GZ-Produkte verbaut? Das Büro Ingenhofen hat sich hier bewusst für das Antriebssystem Slim Drive aus unserem Haus entschieden. Der zuverlässige und robuste Schiebetürantrieb mit seinen 70 mm Antriebshöhe ließ sich optisch hervorragend in das Pfostenregel-Element integrieren. Meine Tätigkeit bei diesem Projekt war die Planungs- und Ausschreibungsunterstützung. Bei der Abwicklung gab es natürlich auch noch einiges an Klärungsbedarf. Das Ganze war natürlich mit regelmäßigen Baustellenterminen verbunden. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten war sehr effektiv und partnerschaftlich. Wie Sie sehen, ist es enorm wichtig, früh in die Planung einzusteigen und gemeinsam am Ball zu bleiben. So, jetzt kommen wir ins Spiel. Sobald ein Gebäude im Betrieb ist, kommen wir von GZ-Service und sorgen dafür, dass alles ordnungsgemäß läuft. Die einwandfreie Funktion von Fenstern und Türen sorgt für wirtschaftliche Effizienz und hält die Betriebskosten niedrig. Die regelmäßige Wartung der Anlagen bedeutet Langlebigkeit und Betriebssicherheit. Da freut sich der Betreiber und das Gebäudemanagement. Wenn sich nach mehreren Betriebsjahren die Nutzungsbestimmung ändern, beraten wir vor Ort und rüsten anschließend um. Sie sehen also, wir von GZ-Service sind nicht nur für Montage und Inbetriebnahme zuständig, sondern halten den Kunden auch immer auf dem Laufenden über aktuelle Vorschriften und Bestimmungen. Damit weiterhin eine optimale Lösung stattfinden kann, haben wir von GZ-Service ein offenes Ohr für den Kunden. Also, sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten auch mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt.